Beeindruckend. Also eigentlich ist alles toll. Ich habe über das Fernsehen über sie erfahren. Schon vor längerer Zeit hat man bei uns im deutschen Fernsehen sie vorgestellt. Bei einer Wieso nennt sich diese Reihe, die besondere Techniken, besondere Sachen einfach vorstellt. Und da war ihre Klinik vorgestellt und die haben ein sehr gutes Ergebnis nach dieser Recherche ihnen bescheinigt. Man hat mir ja auch die Flüge gebucht, Hin- und Rückflug und Hotel gebucht. Und bin dann am Bahnhof abgeholt worden von dem Shuttle-Bus und ins Hotel gebracht worden. Und vom Hotel zur ersten Diagnostik und Aufnahme. Das lief alles super, muss ich sagen. Bin schon begeistert. Also und wenn man reinkommt, man wähnt sich in einer anderen Welt. Das hat schon so etwas von Weltraum, Utopie. Es vermittelt Professionalität. Auf den ersten Blick meint man, es ist clean. Es ist schon gigantisch. So etwas habe ich jetzt vorher in Deutschland noch nicht gesehen. Also ich muss sagen, ich bin erst, ist es ja durch dieses Sterile, ist die Atmosphäre am Anfang, wenn man reinkommt, denkt man, oh, das ist sehr kühl. Aber dann durch das Personal, muss ich sagen, das sehr freundlich, sehr zugewandt ist. Auch dass alle Patienten, die man ja dann auch in den Warteläumen kennenlernt, man kann seine Erfahrungen austauschen, fühlt man sich gleichwohl.